Ja, hallo erstmal und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. In der letzten Folge sollten wir nach Margon, den Aufmarsch, in Margon reisen, dahin reisen. Aber ich hab mal auf eine Karte geguckt, hier haben wir noch, wir müssen nach Darm, so. Auf dem Weg dahin können wir uns das mal mitnehmen, hier, den, den Artefakte. Das ist, ist ja nicht weit, da können wir hinreiten, ne? Komm. Ja, so. Die Jungs sind ja vormarschiert hier, ne? Beim Viadukt rechts abbiegen, irgendwie. Ja, was? Äh. Äh? Echt? Willst du echt da durch hierher kommen? Da wäre ich mir nicht so sicher. Und? Idioter. Wo ist mein Pferd? Hallo? Ah, ist ja nicht mehr weiter. Können wir auch hinlaufen, ne? Zum Steinkreis, oder wie hieß das? Sieht da auf der Karte? Zeit nochmal an. Ritualkreis hier. Okay. Das nehmen wir mal mit auf dem Weg dahin. Der, die anderen sich auf dem Weg machen. Nach... Mogan. Magon. Magon. So. Äh. Irgendein Zauber hier, oder? Ey, sind die von Hütenheim hier, oder was? Oh, ne? Ach nee sind Statuen. Oh. Oh. Vibriert. Dann ist hier irgendwas. Ist hier doch. Da ist ein Schlüssel. Gibt es hier was zu lesen? Vibriert schon wieder. Ach, ist wieder ein Hoga hier. Verseuchtes Teil oder wie auch immer. So. Ein Zeder. Heißt doch so, ne? Tür verschlossen und sucht den Schlüssel. Ja, 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 ja. Geht halt hier um die andere ist noch rein. Der Schlüssel. Unter Wasser. Alles klar. Mal gucken, wie wir reinkommen. Was können wir hier kaputt schießen können? Was können wir hier kaputt schießen? Nix. Warum nicht die hier so? Wie sollen wir da runter kommen? Hallo? Ach, hier. Oh Gott. So. Noch kein Schlüssel. Wo ist der? Warte mal. Irgendwie müssen wir da reinkommen. Alter. Hier ist ja gar nichts. Hier liegen so viele Leichen. Was ist hier? Irgendwann muss man mal wieder Luft holen, ne? So viele Leichen. Oh ja. Oh ja. Aber wie... Hä? Warte mal. Kommt da nicht durchgetaucht? Man sieht ja auch nichts. Hier rum. Vielleicht. Nee. Okay. Hä? Hä? Wunder, wenn die anderen abgesoffen sind, ne? Hier ist auch ein Schlüssel, oder was? Dann kommt es durch. Dann kommen wir da durch die Tür zum nächsten Schlüssel. Oh. Hoch mit dir. Ich hoffe zumindest. Hier ist noch ein Schlüssel. Also müssen wir durchgefroren. Liegt hier eigentlich was? Ne, nur abgehackten. Okay. Du Guga Magie. Die machen wir gleich aus. Erstmal hier rein. So. Ah, da ist sie. Ah, verdammter Trollzauber. Ja, eben. Ne, äh. Aha. Verwunschene Schrift 3. Eoworvik, dein Name bedeutet nichts als Söhne. Brenne und Blute ergibt dich Lokis Joch. Loki, Loki, Loki. So, hier war doch noch irgendwo ein Schlüssel. Wo ist der denn? Hä? Hä? So, das ist hier nichts weiter oder was? Äh, ist der Schlüssel jetzt weg oder was ist das hier? Ich glaube, ne? Na gut. Diesen kleinen Abstecher wollte ich ja machen. So, die geht nicht lang. Ich denke, können wir jetzt nach Margon reiten. Oder Margon, ja. So. Wo ist der Weg? Oh, hier ist mein Pferd. Voll krass am Attentat. So. Greifen wir auf unsere Leute wieder? Weiß ich nicht. So. Bom, 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 bom. Ja, komm nochmal hochreiten. Zum Einsammeln oder müssen wir da absteigen. Nur Eisenerz. Alter. Ja, Titan ist nicht so einfach zu kriegen, aber wir kaufen ja immer fleißig, ne? Von daher. Ist das schon egal. Wann ist das hier noch? Ach so. Wie das? Ja, alles klar. Zu weit weg. So. Wir reiten mal wieder selber, ne? Ich hab kein gutes Gefühl dabei. Aha. Hast kein gutes Gefühl dabei? Ja, frag mich mal. Hehehe. Nicht lange schnacken hingeritten. So. So viel Eis jetzt hier links und rechts. Ja, das ist halt die Truppe. So. Siehste? 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 Jungs. Ich reite schon mal vorne, ne? Kommt doch wohl alleine klar. Oh, was für eine Feste. Ich hoffe, dass es gut geht. Entschuldigung. Entschuldigung. So. Elvon, hier drüben. Wo? Ja, wie kommt? Warte. Warte, wir rechnen ab. So. Hallo, wer bist du? Heute könntet ihr euren Ruhm zurückerlangen. Denkt daran. Es war falsch von uns, Ulf zu folgen. Wir machen es wieder gut, indem wir heute dir folgen. Mhm. Okay. Okay, die Schlacht naht. Hallo. Ich bin da. Und? Julfina, oder wie heißt sie nochmal? So. Wieder auf dem Schlachtfeld, alter Freund. Oh, ja. Ja, mein Jarl. Wie in alten Zeiten. Wer bist du, dass du von den alten Zeiten sprichst? Damals, als mein Wort Gesetz war, als das Licht meines Roms die Welt erhellte. Mhm. Wie kannst du es wagen, von diesen Zeiten zu sprechen, als bedeuteten sie einem Verräter wie dir etwas? Wer hat dir hiervon erzählt? Mein sächsischer Vassal ist treuer als jeder Mann meines Heers. Rixige, dieser seidenzüngige Teufel. Seid wissinnig und treu bis zum Ende, ihr hinterhältigen Tönen, ihr beiden verräterische Ränkeschmiede. Ich habe dich nicht verraten? Schluss mit dem Gerede von Verrat, ne? Oder? Ja, komm. Schluss mit dem Gerede von Verrat. Genug, Halfter. Nenne deine Verräter, wenn der Kampf vorüber ist. Du hast leicht reden. Deinen Wein vergiftet ja auch keiner. Schluss mit dem Gezänk, ihr alle. Wir stehen am Rand eines Krieges. Spart euch eure Wut für den Feind auf. Na. Wahre Worte, Jufina. Wir kämpfen in dieser Schlacht und beenden den Krieg. Für den Augenblick zählt sonst nichts. Eben. Da, da gibt es ein Feuerzeug. Seid an! Die Pikten senden eine Nachricht. Rabenzähmerin, komm mit mir. Du wirst sie mit deiner klingenscharfen Zunge zur Aufgabe bringen. Äh, äh, ja, ob wir es hinkriegen? Äh, weiß ich nicht. Bist du jetzt verhandlungsgeschickt beweisen oder was? Die feste Margon. Aha. So. Sprich mit dem Gesandten der Pikten. Okay. Dann gehen wir wieder mal hin. Jungs, bleib da mal ruhig. Warum lockt dem die eine Hände voraus? Ist ja nicht weg. So, dann stehen wir dann, dann die hochstehen, ne? Hö, hö, hö. Okay. So. Hochkampen. Mal gucken. Ich bin gerade um zu überlegen, ob wir schon die Zeit wieder erreicht haben. Hier drüben. Ja, ich komm noch schon. Ansonsten wird die Frau wieder etwas länger, ne? So, mach gucken. Zurück, Männer! Diese Pikten kamen in großer Zahl. Sie kamen, um zu kämpfen. Wenn das ein Trick ist, dann tut das Nötige. Schärft die Klingen und mäht sie nieder wie Gras. Machen wir. Machen wir. Jungs. Aber erstmal würde er mit uns reden, ne? Ah. Dreh um und lauf! Zurück hinter die Mauern! Die Römer bauten diese Mauern, um uns fernzuhalten. Doch sie sind fort und wir bleiben. Eines Tages verschwindet auch ihr. Mauern hin oder her. Wir haben mehr Götter als hier. Wir mögen nur einen Gott haben, Heide. Doch wir haben sehr viele Freunde. Ja. Wer ist nun der rechtmäßige König von Nordhymbra? Rixige! Das Arsch! Das Königreich hat gesprochen! Ja! Hey! Ich hole mir deinen Kopf, Rixige! Sie fern sich hierher aus den Hunden! Hey! Komm! Mach mal hier diese Federlesen! hin! So! Was müssen wir machen? Setzen die Leitern ein? Die Leitern? Welche Leitern? Da hinten, oder was? Okay. äh, stimmt sie ich muss jetzt mal wissen, wo hier unsere Truppen sind ich setze die Leiter ein ich muss wieder aufschießen, aber ah, okay, komm mal runter Angriff, Moment setze die Leitern an, Jungs, kommt hoch hier Ach, Wetter haben wir auch wieder hier, ne, oder ist jetzt wieder ein Traum? Nämlich können wir alle runterziehen Metze, die hier so rumlaufen Pfeile? Warte mal, die Pfeile müssen wir mal hoch Komm, wir gehen mal hoch Pfeile Hä? Ach, ihr seid da, okay Jungs, ich geh mal hoch Guck mal, komm wieder hoch Von hier aus Dann brauchen wir auch mal sauber, ne Hey, Junge, Junge Hör auf Komm, ich soll euch Moment Das ist heiß hier, komm, wir müssen wieder weg, woanders sind Recht, wieder aufgetaucht hier? Stück Ey, wo fahren die da runter? Der hat uns aber runtergeputzt Na ja, du sagst mal auf, Mann, die Tür, wa? Okay, komm, hoch So, ich freue mich, wenn ich hier oben bleibe, oder was? So Gut, wir gehen runter Die machen auf Die Tür aufmachen Äh, schlimm Oh, komm, komm Warte mal, mach mal ein Gift rein, ne Ach, jetzt muss man sich hier mal aufmachen Ja, Stromfutter Wir sind aber auch viel hier Jungs, kümmert euch truppen Ich geh mal kurz den Schatz holen, wenn's hier reingeht Ich geh mal die kleine Schatz holen Achso, hier Können kurze Pause machen So Komm, wir müssen weiter, Jungs Oh, mach ein ganz schön Schaden, die Freunde Ah, da oben Ah, da oben ? Äh Briecht du das Tor? Müssen wir ja irgendwie da hochißen, oder was? Was ist das auch so? Ja. Was ist hier? Okay, der gehört zu uns. Alles klar. Die gehören alle zu uns hier. Haben wir uns nicht verlaufen oder was? Warum? Warum? Äh... Oh, weg! Feuer! Hä? Brich durch das Tor! Aber... Wie denn? Das ist ganz voll. Mit den... Brandfässern, die hier oben standen. Hier ist ja noch ein Leiter. Hier oben standen noch Brandfässer. Müssen wir die benutzen oder was? Das kann natürlich sein. Äh... Ach... Ach... Gut... So... Ab zum nächsten... Äh... So... Ich füge meine Hand zum Ruf! Hä? Ja! Oh! Der Feuer! Oh! Hier, hauen sie sich durch! Komm! Hä? Ach, scheiße! Waffe werfen? Hä? Hä? Dummse! Ja, Dummse, Dummse! Weiter, komm! Wir holen uns! Ist noch was zu holen? Weil wir schon mal hier sind, ja? Alter! Die haben echt langweilig! Will ja doch ja oder dann! Okay, das war's schon! Hey, hier ist noch was! Ist auch ne große! Äh... Ach, hier bestimmt an der Seite lang, wa? Nehm ich doch mal an, weil hier schon wieder... Spielschluss! Hier, wo? Warum ist hier keiner? Will auch nicht gerade falsch oder was? Hä? Doch, die kommen ja alle hinterher! Ich denke mal, dass wir hier richtig sind, oder? Da unten runter! Oh! Oh! Wie gut Schätze! Wir gehen da mal runter! So! Durchsprechende! Pass auf! Geh auf der anderen Seite! Ach ne, hier! Guck! Ich bitte wieder aufschießen! Jungs! Haltet die Augen nach dem Feigenkönig Rixiger offen! Mögen die Pikten sich in ihrer Hölle hieran erinnern! Genau! Ja, also die Folge wird das länger werden! Oh, was ist hier los, hä? Ach, den Angriff abgeschlossen! Okay, da kommen wir auch hier zum Ende kommen! Würde ich mal meinen! Weil das sind los jetzt 25 Minuten! Für Ragnar! Für Halftan! Für Terra! Der süße Geschmack des Sieges! Und Rixiger ist besiegt! Ah, er! Der Stachel in meinem Fleisch! Der Verräter, den ich verdächtigte! Nicht zu voreilig, Halftan! Rixiger könnte noch leben! Dieser Feigling wird irgendwo tot in einer Schneewehe liegen! Egal! Dieser Tag ist nicht zu Ende, bis wir seine Leiche gesehen haben! Richtig! Lass noch nicht nach! Avor! Erhebe dich wie ein Adler! Oder krächze wie eine Krähe! Oh, geht's weiter oder was? Was ist da los? Du schieicht nicht! Kannst du nicht? Es hat mir echt die Runde gehabt werden! definitely ist der Abschritte! Ich will mal kurz Pause oder was? Wir machen mal hier Schluss. Und dann werden wir gleich weitermachen. Mal kurz die Aufnahme zu beenden.